Liebe Eltern, haben Sie sich auch die Frage gestellt, als Sie gerade davor vielleicht standen, dass Ihr Kind geboren wurde, was sollen wir mit dem Kind machen, das uns geboren wird? Wie sollen wir es erziehen? Wo soll es aufwachsen? Welchen Einfluss wird das Kind letztendlich mal ausgesetzt werden? Viele Fragen, die da auf einen zukommen, wenn wir Eltern werden. Vielleicht sind Sie auch Oma und Opa gerade geworden und fragen sich jetzt, was kann ich das am besten jetzt für mein Enkelkind denn tun? Und ich fand interessant, folgende Aussage im Zusammenhang einmal zu betrachten. Hier heißt es, dass die Nahrung die Verdauungsorgane entweder schwächen oder stärken wird. Und dass es viel mit der Beherrschung der körperlichen und moralischen Gesundheit der Kinder zu tun hat, die ja Gottes bluterkauftes Eigentum sind. Welch ein heiliges Pfand ist den Eltern anvertraut, die körperliche und moralische Verfassung ihrer Kinder zu schützen, sodass das Nervensystem ausgeglichen sein kann und die Seele nicht gefährdet wird. Eltern, welche die Esslust und die Leidenschaften ihrer Kinder nicht zügeln, werden den schrecklichen Fehler, den sie gemacht haben, in Tabak liebenden, Alkohol trinkenden Sklaven sehen, deren Sinne betäubt sind und deren Lippen Falschheit und Gemeinheit äußert. Hier wird der Einfluss der Ernährung ganz deutlich zusammengebracht mit der Charakterbildung des Kindes. Nun, wir wollen einmal schauen, wie die verschiedenen Meinungen sind, wenn es zur veganen Ernährung kommt. Können wir Kinder wirklich mit einer veganen Ernährung aufwachsen, erziehen lassen? Oder ist das vielleicht sogar gefährlich? Es gibt Ärzte, die sich einig sind, dass eine vegane Ernährung für Kinder gefährlich ist. Wir wollen mal hier zusammen lesen. Wie heißt es? Vegane Ernährung ist für Kinder ungeeignet. Der Ernährungsform des Veganismus hat sich in der Vergangenheit zunehmend zum Lifestyle entwickelt, während ein Verzicht auf jegliche tierische Produkte für Erwachsene in den meisten Fällen unbedenklich ist. Schlagen Ärzte jedoch Alarm, wenn es um eine vegane Ernährung bei Kindern geht. Vegane Ernährung ist bewusste Gefährdung des Kinderwohls, meint Professor Michael Melter, Direktor der Uniklinik Regensburg für Kinder- und Jugendmedizin, im Gespräch mit der BILD am Sonntag. Ernähren Eltern ihre Kinder ausschließlich vegan, führe das zu Mangelerscheinungen bis hin zur Unterernährung, sagt er. Die schlimmste Folge von veganer Ernährung für Kinder ist der Tod, erklärt Melter weiter. Durch fehlende Nährstoffe, wie zum Beispiel bestimmte Eiweißen und Fettsäuren, Eisen, Jod und Vitamin B12, kann es zu verzögertem Wachstum, Gehirnschäden und Blutarmut kommen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sieht das ähnlich. Sie stuft vegane Ernährung für Kinder als nicht geeignet ein. Professor Melter führt fort, indem er sagt, dass Eltern oft ihre eigene Weltanschauung dadurch befriedigen wollen, aber letztendlich ihre Kinder gefährden. Und dass vor allen Dingen auch man über die soziale Komponente nachdenken sollte. Denn, überlegen Sie sich mal, sagt er hier, ihr Kind ist auf einer Geburtstagsfeier als Einziger und darf den Kuchen nicht essen. Zum Schluss meint er dann, dann hätten wir solche absurden Trends vielleicht nicht mehr, wenn wir die Eltern besser unterrichten würden. Wir sehen, auch in der TZ, hier ist genannt, an die Eltern, die sich und ihre Kinder vegan ernähren. Vorsicht, heißt es dort in diesem Artikel. Und ihnen wird gesagt, dass in der Stillzeit und während der Schwangerschaft die Mutter sich besser nicht vegan ernähren sollte, weil es dort zu Mangelerscheinungen kommen könnte und das später sogar bei dem Kind zu Folgeschäden führen kann. In einem anderen Bericht lesen wir, dass militante, vegane Eltern sogar damit gedroht wurden, dass sie ins Gefängnis kommen sollten. In Italien gab es einen Politiker, der einen Gesetzesvorschlag machte und sagte, Eltern handeln unverantwortlich, wenn sie ihre Kinder vegan ernähren. Und sie sollten sogar mit Gefängnisstrafe ihnen angedroht werden. Selbst unsere Bundesregierung in Deutschland, auch sie warnt vor einer veganen Ernährung. Und wir sehen die Diskussion in verschiedenen Streitpunkten. Über die Schulkost ist es in Ordnung, die Kinder in der Schule auch vegan zu ernähren? Ist es besser oder ist das gefährlich? Ist diese Angst berechtigt? Die Diskussion in Deutschland läuft und über Deutschland hinaus. Wir sehen es in Italien. Auch unser Landwirtschaftsminister, Herr Schmidt, auch er warnt und sagt, die vegane Ernährung sei einseitig und könne bei Kindern und Jugendlichen zu einer gefährlichen Mangelernährung führen. So besteht zum Beispiel die Gefahr schwerer Vitamin B12-Mangelerscheinungen, die bis hin zu erheblichen Schäden führen könnten. Es sei im Übrigen ein absoluter Gegner von Ernährungsverboten und Essensideologien. Jeder sollte essen, was ihn glücklich mache und ihm schmecke. Also ist die Ernährung, die Gott uns am Anfang gegeben hat, wie die Bibel es sagt im 1. Mose Kapitel 1, Vers 29, wo er sagte, dass wir von den Früchten des Baumes und der Felder essen sollten. Nun, ist diese Ernährungsweise wirklich so gefährlich? Hat Gott einen Fehler gemacht? Weiß, der Mensch ist vielleicht besser als Gott? Es ist interessant, dass wir beobachten, dass die Kinder immer mehr an Übergewicht leiden. Wir sehen drastische Zunahmen von Kinderdiabetes. Wir sehen, dass die Aggressionen auch bei den Kindern und in den Schulen vor allen Dingen zunimmt. Ich erinnere mich selber an meine eigene Erfahrung, als ich Kinder unterrichtet habe in Grundschulen. Ich gesehen habe, dass die Kinder immer mehr unter Aggressionen, mit Aggressionen zu kämpfen haben. Es ist interessant, wir lesen hier in diesem Bericht in der Präventivmedizin. Bereits 1978 heißt es dort, nachdem die modernen jungen Japaner unsere Ernährungsweise angenommen haben und eine große Menge an fettigen Nahrungsmitteln sowie mehr tierische Produkte zu sich nehmen, ist das Alter des Einsetzens der Menstruation bei den Mädchen in den letzten 50 Jahren stetig von 16 auf 12,5 Jahre abgefallen. Das war 1978. Überlegen Sie sich mal, wie das heute ist. Als ich in der Schule gearbeitet habe und gesehen habe, wie die Mädchen mit acht oder neun Jahren schon das erste Mal ihre Menstruation bekommen haben. Wissen Sie, was mit dem Kind passiert, wenn sie in jungen Jahren schon diese Menstruation hat? Wie die Hormone auf einmal ausgeschüttet werden in dem Kind und das Leben dieses jungen, kleinen Kindes sich schon so verändert? Es ist interessant, dass diese Studie sagt, dass es damit zusammengehangen hat, dass die Ernährungsform sich verändert hat. Wir wollen einmal schauen, was eigentlich die Realität ist. Ich glaube, dass dieses Video uns sehr klar vor Augen führt, womit wir eigentlich oft zu kämpfen haben. Wir können wieder zu entwickeln, weil sie sich die Dägen hinzufügen. Wir können jetzt nicht mehr tun. Aber ich kann das nicht machen. So, das ist es so, dass wir jetzt noch nicht machen können. Ja, du bist. Ja, du bist. Ich habe mich das. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ja. Du bist. Good job, Gem. You've got an A plus. Here are your fries, sweetie. Here you go. I still can't believe you give this child French fries. I know, but it's the only thing that'll make him stop. I think what we've seen here in the video, is really what we see in reality. And what we're warned about. When we think about the most people, who are in the hospital, where people in the hospital are located, if they are treated like they've treated. When we see them, where they are living in everyday life, they're using a vegan food diet. This is often so that they're not allowed to eat the most people, which are in their lives, they are in their lives. So it's tough questions of life. And the most people, who eat Fleisch. Es ist interessant, meine Mutter, die selber schon seit fast 40 Jahren im Krankenhaus arbeitet, sie sagte mir einmal, weißt du Timo, die meisten unserer Patienten haben B12-Mangel und die meisten Patienten, die dort liegen, die essen Fleisch. Also dieses Mythos um das B12, dass das nur bei Veganern zu Mangelerscheinungen kommen kann, ist wohl etwas, was wir uns nochmal genauer anschauen sollten. Ich glaube, dass das Ganze eine einfache Rechnung ist. Der Körper setzt sich einfach aus dem zusammen, was er ist. Wir sehen es hier in dieser Grafik, dass es, glaube ich, eine ganz einfache Rechnung ist. Es sind wir das eine und das andere, entsteht das, wählen wir dies und dieses, entsteht wieder das folgende. Es ist interessant, es gab mal ein Experiment, was mit Katzen gemacht wurde. Und da hat man Katzen untersucht, die sich in armen Ländern oft von den Überresten, dem Müll, was sie dort bekommen haben, ernährt haben. Wo sie nichts Besseres hatten, was sie normalerweise essen. Dann hat man diese Katzen studiert und man hat herausgefunden, dass diese Katzen immer mehr aufgegangen sind. Sie sind immer fetter geworden. Und in einer gewissen Zeit sind einige von diesen Katzen gestorben. Dann hat man die untersucht. Wissen Sie, was der Grund war, woran diese dicken Katzen, die ja viel gegessen haben, gestorben sind? An Unterernährung. Komisch, oder? Da haben die Nährstoffe gefehlt. Obwohl sie ja viel gegessen haben. Vieles von den Sachen, die Reste, die wir sonst so essen. Gestorben an Unterernährung. Ich finde es interessant, was die Harvard Medical School sagt. Sie sagt, dass wenn wir darauf achten, dass wir von allen Farben essen, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, sondern wir bekommen all die Nährstoffe, die wir brauchen. Das heißt, wenn ich ein bisschen etwas von dem Roten esse, darauf achte, dass ich was Gelbes habe, was Orangenes, was Grünes, was Gelbes in meiner Ernährung, dann muss ich mir eigentlich keine Sorgen machen, sagt die Harvard Medical School. Ich habe all die Nährstoffe drinnen. Das ist eigentlich genial, denn Gott hat sozusagen einen Farbcode auf die Lebensmittel gelegt. Und das, was die Harvard Medical School eigentlich empfiehlt, ist genau das, was die Bibel uns schon sagt. Sie folgen genau dem Plan, wo Gott im 1. Mose Kapitel 1, Vers 29 gesagt hat, das ist das, was ich möchte, was ihr essen sollt. Auch T. Colin Campbell, der bekannte Autor der China-Studie, er sagte, Beweise belegen, dass die meisten degenerativ-chronischen Krankheiten geheilt oder mindestens stabilisiert werden können, indem eine pflanzliche Ernährung konsumiert wird. Diese Ernährung hat die Fähigkeit, die Veränderung der Gene zu kontrollieren, welche verantwortlich sind für viele Krankheiten wie Herzprobleme, Krebs, Diabetes, Fettsucht und auch Kindheitsallergien. Die vorteilhaften Auswirkungen einer pflanzlichen Ernährung können nur in ganzem Umfang geschätzt und bewiesen werden, wenn verstanden wird, dass alle Nährstoffe als Team zusammenarbeiten. Und auch die amerikanische Ernährungsvereinigung, auch sie sagt, Es ist die Position der amerikanischen Ernährungsgesellschaft, dass eine geeignet geplante vegetarische Ernährung einschließlich der gesamten vegetarischen oder veganen Diäten gesund ist, ernährungsphysiologisch angemessen und kann gesundheitliche Vorteile bei der Prävention und Behandlung von bestimmten Krankheiten bieten. Gut geplante vegetarische Diäten sind für die Einzelpersonen während aller Phasen des Lebenszyklus einschließlich Schwangerschaft, Laktation, Kindheit, Pubertät und für Athleten geeignet. Eine vegetarische Ernährung kann all diese Nährstoffe bieten. Eine evidenzbasierte Überprüfung zeigte, dass vegetarische Ernährung in der Schwangerschaft ernährungsphysiologisch angemessen sein kann und zu positiven Mütter- und Säuglingsgesundheitsergebnissen führen kann. Das Geburtsgewicht von Kindern, welche von gut genährten vegetarischen Frauen geboren wurden, zeigte sich als praktisch gleichwertig im Vergleich zum Geburtsgewicht von Kindern, welche von Nicht-Vegetariern zur Welt gebracht wurden. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich eine halbe Tasse Getreide nehme und eine halbe Tasse Hülsenfrüchte und das kombiniere miteinander, dann hat der Körper all die Aminosäuren, die er braucht. Es ist eigentlich nicht schwer. Gott hat einen Farbcode draufgelegt. Gott hat gesagt, kombinier ein bisschen miteinander. Es wird auch besser schmecken. Und letztendlich kriegen wir all die Nährstoffe, die der Mensch braucht. Aber ich gebe zu, es wird den Kindern sehr schwer gemacht. Ich weiß es selber von mir früher, wie ich es geliebt habe, durch den Supermarkt zu gehen und die ganzen Packungen dort zu sehen und alles strahlt und dann die schönen Figuren da drauf. Und jedes Jahr kommen neue von tausenden Produkten in den Supermarkt. Und die Kinder laufen nun da durch und sollen sich entscheiden, was sie essen sollen. Und natürlich ist es für das Kind verlockend und die Versuchung ist da, dass sie genau zu den Sachen greift, was es eigentlich nicht selber ernährt. Und die Kinder wird natürlich auch nicht wirklich motiviert, vielleicht mal mehr das Gesunde wirklich zu probieren. Die Werbung überströmt sie und die Kinder sind schon so beeinflusst, dass sie doch tatsächlich lieber zu den Sachen greifen, die ihnen vielleicht mehr schaden. Nun, wir haben gelesen und gesehen, dass den Eltern letztendlich wirklich Angst gemacht wird, wenn ihnen gesagt wird, du solltest dein Kind nicht vegan ernähren, das ist gefährlich. Vielleicht werden sie auch als Rabeneltern hingestellt, wenn sie ihr Kind vegan ernähren wollen. Es wird vielleicht gesagt, dass sie unverantwortlich handeln. Es ist interessant, dass die Kinder eigentlich nicht wirklich motiviert werden, an einer gesunden Ernährungsweise wirklich teilzunehmen. Es gab eine interessante Studie, wo sich aufgezeigt hat, dass die Kinder in den USA die empfohlene Menge an Früchten und Gemüse und Getreide, die sie verzehren wollten, mal gerade bei einem Prozent lag. Und auch hier in diesem Bericht von der Huffington Post lesen wir darüber, wie Kindern es schwer gemacht wird, durch die ganzen Zusatzstoffe, die ganzen Glutamate, die in das Essen hineingesteckt werden. Und man sieht mittlerweile Studien, dass bei den Kindern gerade der Diabetes Typ 2 enorm zunimmt. Und die Kinder letztendlich sozusagen wie versklavt werden, dass sie immer wieder zu diesen Produkten greifen. Ich glaube, dass das Ganze letztendlich am Essenstisch beginnt. Dass wir am Essenstisch einen Kampf haben. Die Kinder sitzen und kriegen etwas vorgesetzt. Ich weiß es selber von mir früher, wo ich dann der Mama gesagt habe, Mama, nee, das schmeckt mir nicht, das ist mir zu langweilig. Das Kind ist natürlich etwas anderes gewohnt. Durch die ganzen Zusatzstoffe, die Glutamate im Essen, die wir heute überall drin finden, soll das Kind jetzt noch das, was es dort vorgesetzt bekommt, was vielleicht gut und besser für es ist, auf einmal schmackhaft finden? Es ist schwierig. Ich weiß das selber noch von früher. Das schmeckt dann nicht. Ich glaube, dass der Kampf bereits am Essenstisch beginnt für die Kinder. Ich glaube, dass hier das Geistliche ins Spiel kommt. Dass der Satan wirklich versucht, unsere Kinder schon am Essenstisch an die Dinge zu gewöhnen, die sie überreizen. Dass sie kein Verlangen haben nach dem Guten, was Gott eigentlich für uns gesehen hat. Und dass sie letztendlich immer wieder zu den Produkten greifen, die sie kaputt machen, die sie abhängig machen, die sie letztendlich danach aggressiv und reizbar machen. Und dass sie dann Dinge erleben, die wir bei den Jugendlichen immer mehr sehen. Trinkgelage im jungen Alter. Früh fangen die Kinder an zu rauchen. Und sie werden auch immer früher sexuell aktiv. Ist da ein Zusammenhang zwischen dem, was die Kinder essen, und wie sie letztendlich sich verhalten, wie sie reagieren auf Dinge, wie sie Entscheidungen treffen? Es ist auch interessant, dass wir das immer mehr in der Gesellschaft sehen. Und dass wir uns wirklich darüber Gedanken machen sollten, ob das nicht zusammenhängt mit dem, was die Kinder letztendlich ausgesetzt sind am Essenstisch. Weil die Reize, die sie dort bekommen, verursacht es dann automatisch für die Kinder, dass sie später nach den Sachen, wie das Rauchen, Alkohol greifen möchten, weil sie letztendlich das befriedigen müssen, was sie letztendlich gereizt hat. Hier heißt es, dass grobe und anregende Nahrung das Blut erhitzt. Es erregt das Nervensystem und stumpft moralische Wahrnehmung ab, sodass Vernunft und Gewissen durch sinnliche Triebkräfte über Bord geworfen werden. Es ist schwierig und oft nahezu unmöglich für jemanden, der in der Ernährung unmäßig ist, Geduld und Selbstbeherrschung zu üben. Deshalb ist es von besonderer Bedeutung, dass Kindern, deren Charaktere noch nicht geformt sind, nur solche Nahrung zu geben, die gesund und nicht erregend ist. Weiter lesen wir, Die Mütter lieben ihre Kinder mit einer vergötternden Liebe und sind in ihrer Esslust gegenüber sehr nachsichtig, obwohl sie wissen, dass das ihre Gesundheit schädigt und Krankheit und Elend über sie bringt. Diese grausame Nachsicht ist weit verbreitet in der jetzigen Generation. Die Wünsche der Kinder werden auf Kosten der Gesundheit und einer frohen Einstellung befriedigt. Weil es der Mutter im Augenblick leichter fällt, die Wünsche zu befriedigen, als den Kindern das zu versagen, wonach sie laut und heftig verlangen. Auf diese Weise säen Mütter einen Samen, der aufgehen und Frucht tragen wird. Die Kinder werden nicht dazu erzogen, ihre Triebe zu verleugnen und ihre Wünsche einzuschränken. Sie werden selbstsüchtig, anspruchsvoll, ungehorsam, undankbar und unheilig. Die Mütter, die solch ein Werk vollbringen, werden mit Bitterkeit die Frucht der Saat ernten, die sie gesät haben. Nun, ist es nicht das, was wir heute leider immer mehr sehen? Dass Kinder gewalttätiger werden, ungehorsam den Eltern gegenüber? Die Frage vieler ist heute, was soll ich essen und wie soll ich leben, um die gegenwärtige Zeit am besten zu genießen? Pflicht und Grundsatz werden für die momentane Befriedigung dafür beiseite gelegt. Wenn wir gesund sein wollen, müssen wir entsprechend leben. Wenn wir einen christlichen Charakter entwickeln wollen, müssen wir unser Leben danach einrichten. Wissen Sie, ich glaube, dass Eltern eine sehr große Verantwortung haben. Ein sehr großes Privileg, Kinder zu erziehen, aber auch Verantwortung, vor allen Dingen, wenn es zur Ernährung kommt. Eltern sollten Vorbilder sein. Sie sollten die Gewohnheiten der Kinder mitbilden. Und wir wissen natürlich, dass die Kinder das nachahmen, was die Eltern machen. Das ist ein Prinzip, was wir in der Bibel schon finden, wo es heißt, dass wir durch Anschauen letztendlich verändert werden. Und ich glaube, dass die Rolle der Mutter dabei ganz besonders wichtig ist, weil sie nämlich diejenige ist, die mehr Zeit in der Regel mit dem Kind verbringt. Oft ist es aber heute so, wie wir in den Zitaten schon gelesen haben, dass Eltern oft ungeduldig sind mit den Kindern. Und dass sie lieber den Kindern dann das geben, wo sie nach schreien und wo sie nach verlangen, weil sie einfach selber in der Situation lieber die Bequemlichkeit wählen, die letztendlich für die Zukunft des Wohles des Kindes zu sorgen. Ich glaube auch, dass die erste Erziehung der Eltern mit den Kindern dahin gehen sollte, dass sie wirklich über Gesundheit lernen. Das Kind sollte lernen, dass es nicht lebt, um zu essen, sondern dass es isst, um zu leben. Leider sehen wir das heute, dass es nicht der Fall ist. Es führt nämlich letztendlich sonst zu Esssucht bei den Kindern und zu Schwelgereien, Krankheiten folgen und die werden dann nachher dann noch mit giftigen Arzneien versucht zu bekämpfen. Das heißt, die ungesunde Nahrung vergrößert letztendlich bei den Kindern die tierischen Leidenschaften. Und die Interessen vielleicht für himmlische Dinge ist bei den Kindern etwas, was dann meistens gering vorzufinden ist. Deshalb glaube ich, dass Kinder wirklich schon von klein an darüber aufgeklärt werden sollten, was gut für sie ist. Man kann auch eine einfache, kindgerechte Art und Weise dem Kind zu verstehen geben, was im Körper passiert, wie die Physiologie aufgebaut ist, was passiert da, je nachdem, wenn der Apfel oder das Stück Fleisch jetzt in den Körper kommt. Alles das kann ich lernen und auch, denke ich, meinem Kind weitergeben. Ich kann das Kind aber auch unterweisen darauf, dass es lernt, auch zu verzichten. Nämlich aber auch nur auf das zu verzichten, was dem Kind schadet. Das Kind muss nicht den Eindruck haben, wie in diesem Zeitungsartikel, den wir gelesen haben, dass es letztendlich jedes Mal, wenn es vielleicht auf eine Geburtstagsparty kommt, auf irgendetwas verzichten muss. Nein, ich glaube, dass das Kind lernen kann, dass es nur auf das verzichtet, was es ihm letztendlich selber schadet. Das Kind kann lernen, einfache Nahrung als schmackhaft zu erleben, als etwas, was ihm letztendlich dient für viele Bereiche des Lebens. Dem Kind kann beigebracht werden, regelmäßige Essenszeiten zu haben. Ich weiß das selber von mir früher, wie oft ich vielleicht gerade dazu gegriffen habe, wenn ich Lust hatte zu essen. Das Haus war voll mit Essen, die Schränke, der Kühlschrank. Wenn mir gerade danach war, bin ich natürlich gerade an den Kühlschrank gegangen. Aber ich glaube, dass es auch für Kinder schon besonders wichtig ist, im jungen Alter, dass sie beginnen zu lernen, dass sie auch zu regelmäßigen Zeiten essen. Dreimal und in manchen Fällen ist es auch gut, zu zweimal Zeiten zu greifen am Tag. Nicht mit zwischendurch, das ganze Snacking, sondern dass sie sich daran gewöhnen, wirklich zu festen Zeiten zu essen. Denn das wird sie bewahren davor, krank zu werden, depressiv oder letztendlich auch reizbar und aggressiv. Denn die Unregelmäßigkeit müssen wir verstehen. Wenn wir nicht wirklich eine Regelmäßigkeit im Essen haben, führt das letztendlich dazu, dass unsere Verdauungsorgane zerstört werden. Und das führt dann wiederum zu Verdauungsstörungen bei den Kindern. Blasse Hautfarbe ist der Fall. Und oft sehen wir das wirklich als Folge von einem missbrauchten Magen. Und dann ist es natürlich logisch, dass das Kind letztendlich dann auch nicht, durch diese Überreizung, alles das, was im Körper dann kaputt gemacht wird, dass es nicht mehr wirklich Interesse und Geschmack hat an gesunder Nahrung. Der Esstrieb wird verdorben sein und auch das Gewissen wird so langsam beginnen abzustumpfen. Und der Abscheu von diesen Reizmitteln sollte den Kindern aber beigebracht werden. Ich denke ja nicht, dass man dem Kind lehrt, dass es etwas verzichtet, dass es ihm etwas weggenommen wird, sondern dass es ihm wirklich beigebracht werden kann, dass es zu den Dingen greift, was ihm in der Entwicklung helfen wird. Ich denke auch, dass wichtig ist, dass Kinder schon von früh an lernen, wirklich Vollkornprodukte zu essen. Ich weiß das selber, wie wir früher die weißen Brötchen geliebt haben. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn man einmal anfängt, wirklich das Kind an Vollkorn zu gewöhnen, es will auch später im Erwachsenenalter nicht mehr zu den weißen Brötchen greifen, sondern es wird merken, den Unterschied schon alleine am Sättigungsgefühl, am Geschmack. Da ist mehr dahinter im Vollkorn. Die Folge, die wir dann erleben dürfen, ist, dass wir ruhige und freundliche Kinder haben werden. Dass sie Gewohnheiten bilden letztendlich, die Ihnen auch für die Zukunft dienen. Und wichtig denke ich auch, dass der Tisch wirklich einladend gedeckt sein sollte. Es sollte nicht so wirken, dass gesundes Leben langweilig ist, sondern Gesundheit kann Freude machen. Es kann gut riechen, gut aussehen. Gott möchte nicht, dass wir am Essenstisch sitzen und denken, das, was ich da jetzt vor mir habe, es ist zwar gesund, aber das macht nicht wirklich Spaß zu essen. Ich glaube, Gott hat bewusst die Farben und die Gerüche und Geschmäcker in all diese Dinge hineingelegt, damit wir uns daran erfreuen können. Und das kann das Kind lernen. Dass es weiß, dass das, was es vor sich dort auf dem Teller hat, genau das ist, was Gott eigentlich vorbereitet hat für uns. Und die Essenszeit sollte natürlich, weil es eine soziale Zeit auch ist, eine fröhliche Zeit sein. Dass Familie wirklich zusammenkommt. Und dass sich Zeit genommen wird letztendlich auch für das Essen. Ich glaube, der Lohn ist letztendlich, wie es in diesem Zitat dann heißt, Gesundheit ist der Lohn des Gehorsams. Der Gemütszustand hängt eng mit der Gesundheit des Organismus, besonders der Verdauungsorgane, zusammen. Und dass das Ganze geht, das kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung berichten. Wir haben viele in unserem Freundes- und Familienkreis, die sich mittlerweile vegan ernähren. Aber auch viele, die begonnen haben, ihre Kinder schon während der Schwangerschaft, dass die Mütter sich vegan ernährt haben, dann über die Schwangerschaft hinaus, als das Kind geboren wurde, dass es weiter gestillt wurde und auch vegan ernährt wurde. Und dass das Ganze mit Gottes Programm wirklich funktioniert, das sehen wir zum Beispiel an der kleinen Noah. Die Eltern, beide im medizinischen Bereich, die Mutter Ärztin, in der Schwangerschaft sich selber vegan ernährt, dann das Kind dreieinhalb Jahre gestillt, hat ansonsten nur vegane Ernährung bekommen, kein Zucker, kein Weißbrot, keine scharfen Gewürze, möglichst biologisch, wenn es ging, keine Geschmacksverstärker am Essen. Und das Kind, wenn man es heute sieht, glücklich, stark, Freude, ist gerne die Dinge, die Gott für das Kind vorbereitet hat. Ja, ich habe es sogar erlebt, als ich einmal zum Besuch bei der Familie war, bei meinen Freunden, und dem Kind dort die Süßigkeiten gegeben wurde, dass es selber sich entschieden hat und das Ganze einfach beiseite gelegt hat. Weil es gemerkt hat, dass es es gekostet hat, dass es viel zu süß eigentlich war. Und das Kind hat es selber beiseite gelegt. Ihm wurde beigebracht, wirklich zu regelmäßigen Zeiten zu essen. Feste Essenszeiten, kein Snacking, nichts zwischendurch. Und trotzdem Sättigungsgefühl in Ordnung. Dabei gepaart mit der Erziehung zu Gott hin, mit dem Gebet und Bibelstudium und mit Gottes Hilfe. Und das Kind ist wirklich kerngesund. Es ist fröhlich, es ist aktiv und es ist intelligent. Und viele solcher Beispiele könnte ich Ihnen erzählen aus meinem Freundes- und Familienkreis. Ich glaube, dass die Angst, die geschürt wird, ein Kind vegan zu ernähren, oder dass die Mutter sich vegan in ihrer Schwangerschaft oder in der Stillzeit ernährt, das etwas ist, was wir genauer untersuchen sollten. Wir sehen aber auch, dass an Schulen, wo immer mehr eine vegetarische oder auch vegane Ernährung eingeführt wird, dass Studien gezeigt haben, dass diese Kinder bessere Noten schreiben und dass sie letztendlich auch weniger Aggressionen haben. In dieser Studie heißt es hier, dass der durchschnittliche IQ von Kindern aus den USA bei 97 liegt. Dass der IQ aber bei den vegetarischen Kindern sogar bei 116 liegt. Vier junge Männer, vielleicht die bekanntesten jungen Männer, die wir in der Bibel finden, Daniel und seine drei Freundin. Sie sind dadurch bekannt geworden, wenn wir Daniel Kapitel 1 studieren, dass sie eine Ernährungsform gewählt haben, die ihrem Schöpfer die Ehre geben sollte. Es ist interessant, nach zehn Tagen Testphase und dann letztendlich nach drei Jahren Ausbildungszeit berichtet die Bibel darüber, dass diese vier jungen Herren intelligenter waren, dass sie besser aussahen und dass sie letztendlich ihre Klassenkameraden nicht nur geschlagen haben, sondern dass sie besser waren als die Experten am Königshof Nebukadnezars. Ich glaube, dass es Gottes Plan war für diese vier jungen Hebräer, aber genauso für uns heute immer noch, dass wir nützliche Bürger der Gesellschaft sein sollten, die Gottes Charakter letztendlich widerspiegeln. Und jetzt kann es vielleicht sein, dass wir sagen, ja, ich weiß, dass das besser ist, aber meinem Kind, dem schmeckt das einfach nicht. Gut, natürlich sollten wir Ungesundes verbieten, aber wir sollten natürlich das Kind nicht dazu zwingen, dass es geschmackloses Essen bekommt, sondern ich glaube, dass wir einfach ausprobieren müssen. Wir sind heute so privilegiert, wenn wir einfach ins Internet gehen, wir können so schnell Rezepte heraussuchen. Und wir müssen einfach bessere Rezepte haben. Ich erinnere mich gerne daran, dass mein Vater, als er sich umgestellt hat vor einigen Jahren, zwar kein Kind mehr, aber schon seit über 50, fast 60 Jahren daran gewöhnt, Fleisch zu essen, als meine Mutter angefangen hat, anders zu kochen, für meinen Vater, der dann gemerkt hat, dass das Ganze eigentlich besser schmeckt und es ihm dann auch noch gut tut, ist für ihn dieser Schritt in den Veganismus dann einfach viel. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, gute Rezepte zu finden, dass die Sachen wirklich schmackhaft sind, dass sie gut aussehen und dass es Spaß macht. Und natürlich das eigene Vorbild der Eltern ist dabei ganz wichtig. Eine weitere Sache, worauf wir achten können, ist, dass wir das Essen nicht wirklich überschärfen mit den Gewürzen. Oft ist es so, dass scharfe Gewürze, wie zum Beispiel Pfeffer, besonders, auch dazu führen, dass das Kind nachher nach mehr will. Dass es der Reiz so gesetzt wird, dass es letztendlich zu den Dingen greift, die wieder nicht gut für das Kind sind. Aber wissen Sie, Gott hat das genial gemacht. Wenn wir beginnen, Schritte zu machen, in einer Ernährungsform, die Gott für uns vorgesehen hat, Gott hat das so eingebaut, dass unsere Geschmackskosten sich alle 30 Tage verneuern. Das heißt, beginne ich einfach, gewisse Dinge zu essen und das einfach mal auszuprobieren. Wir werden merken, dass sich unser Geschmack daran gewöhnt. Ich weiß das selber, als ich aufgehört habe, diese süßen Schokoaufstriche zu essen. Ich habe das schon eine Zeit lang weggelassen. Und meine Mutter, die war dann einmal eine Zeit lang nicht bei uns zu Hause. Mein Vater musste einkaufen. Was hat er dann mitgebracht? Natürlich die Schokocreme und andere Dinge. Und dann habe ich gedacht, komm, du probierst es noch einmal. Als ich es dann probiert habe, ich kann Ihnen sagen, was ich vorher mal geliebt habe, ich konnte das nicht mehr essen. Der Geschmack war auf einmal weg gewesen. Selbst bei der mir so geliebten Pizza mit dem Käse drauf, was ich geliebt habe. Ich hatte mich entschieden, an einem gewissen Punkt meines Lebens nicht mehr darauf zu greifen, keinen Käse mehr zu essen, sondern mir Alternativen zu suchen. Und dann waren wir unterwegs gewesen und nach einiger Zeit haben wir nach einem Restaurant geschaut. Und weil es, ich sage mal, vielleicht nichts Besseres gab, als gerade die Pizza zu essen mit dem Käse, habe ich mir gedacht, okay, probier es noch einmal. Und auch hier habe ich erleben können, dass mir die Pizza mit dem Käse nicht mehr geschmeckt hat. Es ist interessant, meine Geschmacksknospen hatten sich in kurzer Zeit so umgestellt, dass ich auf einmal verlangen hatte nach den Dingen, die Gott eigentlich in natürlicher Einfachheit uns gegeben hat. Dass ich daran Freude gefunden habe. Des Weiteren ist auch Essig etwas, wo wir vorsichtig mit umgehen sollten. Essig ist etwas, was so aggressiv im Körper ist. Man muss ja bedenken, es ist ja die nächste vergorene Stufe von Alkohol. Dass es im Körper letztendlich dafür sorgt, dass kleine Löcher in die Arterien geschossen wird und dass letztendlich auch in unserem Magen, letztendlich unsere Magenschleimhäute angegriffen werden. Und dass das, was eigentlich in den Magen kommt, letztendlich beginnt, durch den Essig zu gären. Das Ganze geht dann wieder ins Blut und das Blut versorgt ja unseren Körper. Es geht in alle Organe und es geht letztendlich auch ins Gehirn, dort, wo wir letztendlich unsere moralischen Entscheidungen treffen. Das heißt, es macht das Blut letztendlich unrein. Dinge, wo wir darauf achten können. Und ich glaube auch, dass wir aus diesem Video hier etwas lernen können, was wir uns jetzt anschauen, wo wir sehen, wo der kleine Luis auf einmal etwas registriert. Untertitelung. Diegude mir. Hochde. 甜in. Gäude mir. Gäude mir. wo ich verschlečخe. yesiak paz ver Sheik burada nochmal hat!.. Gäude mir. Gäude mir. Gäude mir. Gäude mir. Gäude mir. Gäude mir. Das ist es Gäude mir. Gan Gitante mir. Gäude mir. Gäude mir. SDuwechselcych hue it. Mas vamos comer o nhoque. Come a batata então. Só batata e só arroz. Tá. Nem o polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Pesce é os animais. O polvo é os animais. Cair é os animais. Paca é os animais. Pocor é os animais. Então, quando a gente come os animais, eles morrem. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais. Só tem que cuidar deles. Não comer. Tá certo, meu filho. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Eu tô emocionada por você. Eu tô fazendo uma coisa rindo. Então come. Não precisa comer o povo não, tá? Eu tô emocionada. die Tiere gegeben. Doch als Freundin und als unsere Diener, sollen wir jetzt alle unsere Diener wegessen? Ich glaube, der Louis, der hat verstanden, worum es geht. Und ich glaube auch, dass man ein Kind wirklich auch in dieser Sache unterweisen kann. Denn ich selber weiß von früher, mein Opa, der war Metzger gewesen und ich erinnere mich daran, als ich ein paar Mal mit dem im Schlachthaus war und gesehen habe, als die Tiere geschlachtet wurden. Das war kein schöner Anblick für mich gewesen. Und als ich eines Tages feststellen musste, als ich bei meiner Oma saß und wir dort Fleisch gegessen haben und ich fragte meine Oma, sag mal, was ist das eigentlich heute? Ich war gerade vier oder fünf Jahre alt, was wir da heute essen? Meine Oma sagte, ja, das ist Kaninchen. Und ich hatte noch nie Kaninchen gegessen und das Schlimme daran, das ist das, was das Kind nicht erleben will. Es war tatsächlich das eigene gewesen. Es gibt viele Dinge, die wir da tun können, um die Kinder zu unterweisen. Wir können die Kinder auch beibringen, dass sie letztendlich zu der Ernährung auch lernen, dass sie sich dementsprechend gesund bewegen. Denn Bewegung und Ernährung sind etwas, was sehr stark miteinander verbunden ist. Und das Kind kann lernen, von Beginn an, dass es die Ernährungsform, die Gott ihm gegeben hat, ihm zum Guten dient und letztendlich auch Gott die Ehre gibt. Hier heißt es Medical Journal. Präventionsprogramme für Kinder, die eine fettreiche Nahrung einnehmen, sollten den Kindern auch Fähigkeiten beibringen, die es ihnen ermöglichen, eine Nahrung mit wenig Fett zu sich zu nehmen. Solche Nahrungsmittel sollten ihnen auch zu Hause zur Verfügung gestellt werden, um die Kinder zu einer fettarmen Ernährung zu ermutigen, dass sie neue Gewohnheiten entwickeln. Wir haben es als Eltern in der Hand, dass wir unserem Kind Gewohnheiten beibringen können. Und es ist im Leben wirklich tatsächlich so, dass letztendlich alles Gewohnheiten sind. Wenn wir uns entscheiden, einfach das Gute zur Gewohnheit zu machen, was kann es Besseres geben? Eine besonders schlechte Angewohnheit ist es, den Kindern Milch zu trinken zu geben. Jetzt denken Sie vielleicht, Milch ist doch ganz normal, dass ich meinem Kind Milch zu trinken gebe. Und auch die Werbung sagt uns doch ständig, wir brauchen Milch, wir brauchen Milch fürs Kalzium. Das ist ganz wichtig für die Entwicklung und Aufbau des Kindes. So wie in diesem Artikel, wo es hier heißt, Milch ist besser als ihr Ruf. Aber ich glaube, dass wir viele Alternativen heute haben mit Soja, Reismilch, Dinkelmilch, Hafermilch, viele Dinge, die uns gegeben sind, wo wir nicht eigentlich zur Milch greifen. Nun, was ist das Problem mit der Milch? Wir müssen überlegen, obwohl uns auch Kinderärzte und die Werbung sagen, wie wichtig die Kuhmilch ist für den Aufbau und die Erziehung des Kindes, so ist doch Kuhmilch etwas, was eigentlich doch vom Schöpfer gegeben wurde für das Kalb. Denn wenn wir überlegen, dass ein Kalb in dem ersten Jahr, in dem es aufwächst, bis zu 250 Kilo schwer wird, die zehnfache Menge von dem, wie es geboren wird. Das ist eine starke Formel. Ist das das, was wir unserem Kind geben sollten? Gott hat die Kuhmilch so designt, dass es die Formel hat für das Wachstum, für das Kalb. Nun, wir können uns Gedanken darüber machen, ob wir diese starke Formel wirklich unseren Kindern geben wollen. Denn wir müssen bedenken, dass das zu viel an Protein, an dem Kasein in der Kuhmilch letztendlich dafür sorgt, dass im Körper die Übersäuerung stattfindet und dass das Blut wieder hingehen muss und diese Übersäuerung ausgleicht, indem es nämlich Kalzium herauszieht aus den Knochen der Kinder. Charles Edward, er sagt, Fette in der Ernährung während der Kindheit scheinen lebensbedrohlicher zu sein, als dies ursprünglich angenommen wurde. Übergewichtige Kinder sind normalerweise Opfer der Ernährungsgewohnheiten der Erwachsenenmitglieder der Familie. Eine Reduktion der Fette in der Ernährung, welche notwendig ist, um das Cholesterin unter Kontrolle zu halten, ist nicht möglich, wenn ein Kind Vollmilch trinkt oder Käse isst. Und auch Frank Oski, er sagt, mindestens 50 Prozent aller Kinder in den USA haben eine Milchallergie. Viele davon unerkannt. Milchprodukte sind die Hauptursache für Nahrungsallergien, die sich oft bemerkbar machen durch Verstopfung, Durchfall und Müdigkeit. Viele Asthmafälle oder Sinusinfektionen könnten verbessert oder sogar geheilt werden, wenn Milchprodukte vermieden werden. Und in Townsend Medical Letter heißt es, tatsächlich steht Kuhmilch, vor allem verarbeitete Milch, in direkte Beziehung zu verschiedenen Gesundheitsproblemen, einschließlich Schleimbildung, Hämoglobinverlust, Jugenddiabetes, Herzkrankheiten, Atherosclerose, Arthritis, Nierensteine, Gemütsschwankungen, Depressionen, Reizbarkeit und Allergien. Also sollten wir nicht einmal darüber nachdenken, dass wir unseren Kindern vielleicht eine Alternative bieten. Und diese Alternativen, die haben wir heute. Wir finden sie und wir können die Kinder wirklich daran gewöhnen. In der internationalen Zeitschrift für Fettsucht heißt es, eine Ernährung, die einen hohen Proteineinteil beinhaltet, beeinträchtigt die Funktion des Gehirns. Das heißt also zu viel an Protein, was da einfach mitgegeben wird in der Kuhmilch, was ja eigentlich für das Kalb gedacht ist, für das Wachstum, sorgt bei uns Menschen und vor allen Dingen dann bei den Kindern dazu, dass die Funktionen des Gehirns beeinträchtigt werden. Das Problem ist also auch nicht, dass das Kind laktoseintolerant vielleicht ist, sondern ihr Kind ist einfach kein Kuhbaby. Es ist doch interessant, dass wir auch unseren Kindern oft Dinge zu trinken geben, wie süße Sprudelgetränke. Es ist schon mal darüber nachgedacht, dass wir das eigentlich mit unseren Pflanzen nicht tun. Warum geben wir unseren Pflanzen nur Wasser? Sollten wir auch nicht unseren Kindern eigentlich stilles Wasser geben, als das himmlische Getränk? Ein anderes, natürlich sehr beliebtes Getränk bei den Kindern ist Kakao. Nun, Kakao ist eine Zusammensetzung von Schokolade, von Milch und von Zucker. Und es ist interessant, dass selbst die amerikanische Ernährungsvereinigung sagt, dass Schokolade giftig ist. Schokolade hat 19 Giftstoffe, darunter Koffein und Theobromin, Dinge, die wirklich das Nervensystem angreifen. Und wir kennen auch die dunklen Seiten vom Schokoladenanbau, wo wir oft sehen, wo Kinder letztendlich dort missbraucht werden, um Schokolade anzubauen. Jedes Mal, wenn wir unserem Körper Milch und Zucker in der Kombination zuführen, so wie es fast in allen Kinderprodukten ja interessanterweise zu finden ist, bildet sich jedes Mal ein Alkohol im Körper. Es ist nicht der Alkohol, dem ich jetzt zuführe, wenn ich zum Beispiel ein Bier trinke. Aber es ist ein Alkohol, der dafür sorgt letztendlich, dass das Blut auch verunreinigt wird, dass es auch reizbar macht und dass es mich letztendlich wieder genau dazu führt, dass ich zu Dingen greife, die noch mehr reizbar für mich sind. Natürlich ist es auch beim Zucker so, dass es etwas, was sehr schnell auch ins Blut letztendlich geht. Es ist etwas, was natürlich in uns ein Glücksgefühl hervorruft und deshalb greifen wir auch immer so gerne wieder zum Zucker. Aber der Effekt ist letztendlich, dass wir erst einmal zwar glücklich sind, wir haben auch eine gewisse Lust befriedigt und das, was aber rauf geht und sehr hoch geht, muss aber auch wieder runter gehen. Und das passiert nämlich bei diesem typisch weißen raffinierten Zucker, der fast überall in den Produkten drin steckt und oft dann in der Kombination mit Milch. Letztendlich kommt das Kind dann runter von seinem Drogen hoch. Weil Zucker ist wirklich etwas, was im Körper sich nicht verhält wie ein Nahrungsmittel, sondern es verhält sich wirklich wie eine Droge. Das hat man wissenschaftlich nachgewiesen. Und auch die weißen Blutkörperchen fangen nämlich nicht mehr an, dann wirklich gut zu funktionieren. Das Immunsystem wird geschwächt. Und es ist interessant, wenn Sie mal Lehrer fragen, fragen Sie die mal, wann die meisten Ausfälle sind. Es ist oft so, dass nach Veranstaltungen wie Karneval, nach Ostern, nach Halloween, nach Weihnachten oft die Kinder fehlen, weil das genau die Veranstaltungen, die Feste im Jahr sind, wo viele Süßigkeiten gegessen werden. Den Zucker aber, den Gott uns gegeben hat, nämlich die Fruktose, hat Gott eingepackt in die Ballaststoffe und hat es so geschützt, dass der Körper letztendlich zwar auch einen Auftrieb kriegt, der aber nicht so hoch ist wie bei dem weißen Zucker. Auch hier, wenn ich in die Banane oder in den Apfel reinbeiße oder in die Mango reinbeiße, auch dort kriege ich ein Glücksgefühl und Gott wusste, dass wir das mögen werden. Und es ist auch gut so. Gott möchte, dass wir Freude haben am Essen. Es soll keine Last sein. Aber Gott möchte, dass wir zu diesen Dingen greifen, die uns letztendlich nicht abhängig machen, sondern die uns Freiheit schenkt, dass wir immer wieder ohne Gefahren auf diese Dinge zurückgreifen können. Darf ich Sie fragen, was wir hier auf diesem Bild sehen? Richtig. Zuckerrohr. Darf ich Sie nun fragen, was wir auf diesem Bild hier sehen? Drei Meter Zuckerrohr konzentriert in einen Löffel. Können Sie sich vorstellen, dass Sie jetzt hier mit einer Droge zu tun haben? Wenn etwas so stark konzentriert wird und so dann in den Körper kommt? Wir sehen das immer, dass in Schulen diese Versuche gemacht werden mit den Kindern, dass dort diese Vergleiche aufgestellt werden. Da werden dann zum Beispiel diese süßen Sprudelgetränke in den roten Verpackungen oder in diesen Verpackungen, wo sie versprechen, dass es die Flügel gibt, dort aufgestellt. Und daneben wird dann gezeigt, wie viel Zucker in diesen Produkten drin ist. Es ist interessant, dass es aber leider selten wirklich Effekt hat auf die Kinder. Es ist interessant, wenn Zucker in den Körper kommt, dann sorgt es dafür, dass die weißen Blutkörperchen in unserem Körper, die eigentlich ja dafür da sind, dass sie das Immunsystem bilden, dass sie es stärken und dass sie Bakterien in unserem Körper angreifen und bekämpfen sollten, dass diese weißen Blutkörperchen in dem Moment, wenn ich zum Beispiel ein Glas Cola trinke, für fünf Stunden lang mein Immunsystem runterfährt auf 40 Prozent. Das ist quasi 60 Prozent gehemmt worden. Wir sehen jetzt nun ein Video, wie ein weißes Blutkörperchen, ein Phagozyt, das Bakterium nachjagt und es einfängt und es letztendlich zerstört. Gott hat das genial geschaffen. Er hat die weißen Blutkörperchen in unser System gesetzt, dass sie genau diese Eindringlinge greifen sollen. Wenn ich nun aber viel Zucker in meiner Ernährung habe, dann sorge ich tatsächlich dafür, dass diese weißen Blutkörperchen, die diese Funktion haben, die Bakterien einzufangen, gehemmt werden. Es ist interessant, dass wir gerade im Winter, wo ja oft diese Erkältungswellen kommen und unsere Kinder auch krank werden, dass gerade besonders dann, wenn viel Zucker zu sich genommen wird, zum Beispiel in der Weihnachtszeit, die Kinder oft dann krank werden und es ist kein Wunder, weil ihre weißen Blutkörperchen nicht mehr funktionieren und arbeiten könnten, sondern dass sie wirklich wie betrunken letztendlich sind. Wir müssen auch daran denken, Zucker ist etwas, was wirklich sehr schlecht im Körper verdaut wird. Es gärt im Körper, es übersäuert und auch die Organe werden letztendlich dadurch überlastet. Also Zucker beeinträchtigt sogar das Denkvermögen und zu viel Zucker ist sogar schlechter als Fleisch. Nicht, dass wir nicht ein wenig davon essen könnten, aber ich denke, dass wir aufpassen müssen, dass es nicht zu viel ist. Aber das Schöne ist, dass auch Gott hier wieder Alternativen gegeben hat, die wir finden natürlich in den Früchten, Trockenfrüchten. Es gibt Agavendicksaft, es gibt zum Beispiel Rohrohrzucker, wo man auch mit vorsichtig sein sollte, aber immerhin ist es immer noch mehr in Mineralien und Ballaststoffe eingepackt wie der weiße Zucker. Vielleicht sollten wir darüber nachdenken, dass körperliche Gesundheit und ein klarer Geist für unsere Kinder wertvoller ist als die süße Nachspeise. Das heißt nicht, dass ein Kind verzichten muss auf eine süße Nachspeise. Auch dort finden wir mittlerweile so viele Rezepte. Schauen Sie einfach mal ins Internet, um zu sehen, was man alles machen kann mit der veganen Ernährung, aber auch mit Alternativen, wie man süßen kann. Man muss nicht auf irgendetwas verzichten. Das Kind muss nicht den Eindruck haben, dass ihm irgendetwas fehlt oder weggenommen wird. Wissen Sie, dass das Interessante ist, dass Zucker sogar in Zigaretten gesteckt wird? Ich glaube, die Industrie weiß ganz genau, wie sie die Menschen abhängig machen kann. Und so sind wir dann froh, wenn wir vielleicht dann Produkte finden, wo uns gesagt wird, da ist jetzt kein Zucker mehr drin. Nun ist die Industrie hingegangen und hat sich überlegt, okay, die Menschen machen sich vielleicht mehr Gedanken über den Zucker. Nun brauchen wir Produkte, wo wir auch groß draufschreiben können, kein Zucker mehr drin. Aber diese Getränke haben sich komischerweise irgendwie in ihrer Süßkraft nicht verändert. Haben Sie jetzt gesunde Alternativen reingetan oder haben Sie vielleicht etwas gefunden, wie Aspartam? Aspartam ist ein Mittel, wenn Sie mal schauen, was wir mittlerweile in über 5000 Produkten finden. Das ist etwas, was man auch unter den Namen Aminosuite zum Beispiel findet und verschiedenen anderen Namen. Es ist interessant, Aspartam ist eine Aminosäure, die letztendlich süß ist, aber komischerweise bis vor einigen Jahren noch auf der Liste des FBI stand, um Menschen zu töten. Ist das nicht komisch? Da wird etwas in die Nahrungsmittel reingetan. Man findet es in fast über 5000 Produkten, fast in jedem Kaugummi findet man es. Aspartam ist eigentlich sozusagen wie ein leiser Killer, der sich in unseren Lebensmitteln versteckt. Nun, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, dass wenn wir über so etwas sprechen, dann werden wir direkt in Kategorien eingestuft, als seien wir Verschwörungstheoretiker. Verschwörungstheoretiker, wie es auch in diesem Spiegel Online Artikel heißt, die große Süßstofflüge. Wo Menschen letztendlich als Verschwörungstheoretiker angeklagt werden, weil sie vielleicht den Gedanken haben, den ich jetzt auch mit ihnen geteilt habe. Kann es sein, dass da ein Plan ist, dass die Kinder am Essenstisch schon reizen ausgesetzt werden sollen, dass sie letztendlich zu Dingen nachher greifen und sich so entwickeln, wie es ihrem Charakter schadet und sie an himmlischen Dingen letztendlich nachher kein Interesse mehr wirklich haben? Liebe Eltern, vielleicht liebe werdende Eltern, sie werden es in der Zukunft nicht einfach haben. Der Satan weiß, den Appetit anzuregen. Und wir haben es gesehen in den Artikeln, die wir heute gelesen haben, dass sie vielleicht als Rabeneltern dargestellt werden, als Eltern, die mit der Verantwortung einfach leicht umgehen. Ja, dass sie sogar ihr Kind in Todesgefahr bringen, wenn sie es einer veganen Ernährung aussetzen. Eigentlich die Art und Weise, wo Gott gesagt hat, das ist das, was ich möchte, was ihr esst, was ihr auch euren Kindern gibt, wo ihr sie mit aufwachsen lässt. Kann es sein, dass der Mensch versucht, einmal wieder Gott zu spielen, vielleicht schlauer zu sein. Gott sagt, das ist das Beste für euch und der Mensch sagt, nein, das ist besser für uns. Vielleicht sind sie auch christliche Eltern und sie sagen, ja, ich möchte mein Kind wirklich nach diesen biblischen Grundsätzen ernähren und erziehen. Und deshalb denke ich, dass es auch nützlich wird, dass wir mehr und mehr wieder zur Gartenarbeit hinkommen. Dass wir den Kindern schon im jungen Alter beibringen, die Freuden der Gartenarbeit. Nicht umsonst hat Gott die ersten Menschen in einen Garten gesetzt, dass sie dort körperliche Betätigung hatten, dass sie dort das Essen anbauen konnten. Gott wusste, was er macht. Und Gartenarbeit ist etwas, was das Kind auch erleben lässt, was dort wächst. Es ist eigentlich erschreckend, heute zu sehen, dass viele Kinder gar nicht mehr wissen, wo das Essen eigentlich herkommt. Sie sehen es vielleicht im Supermarkt liegen, sehen es vielleicht in der Dose eingepackt, aber können selber gar nicht mehr wirklich nachvollziehen, wo das eigentlich herkommt. Ich glaube, es ist gut, in unseren Schulen, wie auch vor allen Dingen zu Hause zu beginnen, den Kindern im Garten zu lernen, dass das ist, das ist das Natürliche, was Gott eigentlich für uns vorgesehen hat. In der Bibel heißt es dazu, in Sprüche Kapitel 21, Vers 23, Wer seinen Mund und seine Zunge behütet, der behütet seine Seele vor mancher Not. Wir haben zu Beginn des Vortrags die Frage aufgegriffen, ist es gefährlich, dass Kinder mit einer veganen Ernährung aufwachsen? Ich glaube, dass wir sehen, dass es keinen Grund dazu gibt, dass wir all die Nährstoffe in den Pflanzen finden. Gott hat sie uns gegeben. Das Kind muss auch auf nichts verzichten, sondern die Bibel sagt uns, dass die Wahrheit uns frei macht. Wir sehen, dass die Wahrheit in der Bibel ist, eine Ernährungsform, die Gott uns am Anfang gegeben hat, wo er sagt, das Gemüse, die Nüsse, die Früchte, das Getreide, die Saaten ist das, was ich möchte, das ihr esst. Gott sagt uns, dass er uns das Leben in Fülle schenken will. Und wenn wir bereit sind und offen dafür, uns einmal auf den Ernährungsplan Gottes einzulassen, ich glaube, dass wir nicht nur den Geschmack in den Früchten und all diesen Dingen wiederentdecken können, sondern dass es letztendlich, wir merken werden, wie Gott unseren Verstand klar macht. Wie das Kind merkt, dass es die Vorteile einer solchen Ernährungsform wirklich zu seinen Gunsten nutzen kann. Gott liebt ihr Kind und er als unser Schöpfer weiß, was das Beste für uns ist. Lassen Sie uns doch ihm vertrauen, dass er uns hilft bei der Erziehung und bei der Ernährung unserer Kinder. Denn ich glaube, dass es wirklich um viel mehr geht. Ich glaube, dass der Mensch in einem großen Kampf lebt. Und dass Gott versucht, mit den Seilen seiner Liebe uns zu sich zu ziehen. Aber Satan versucht, auf seine Art und Weise den Menschen von Gott zu trennen. Und in einem Bereich ist er sehr erfolgreich, wo er nämlich zu Beginn erfolgreich auch war mit Adam und Eva. Den Appetit zu verderben. Der letztendlich die Menschen nicht nur in Krankheiten, in Depressionen führt, in Reizbarkeit und Aggressionen, sondern letztendlich das Interesse an himmlischen Dingen schwächen lässt. Aber ich glaube, dass gerade eine Ernährungsform in der Zeit, in der wir jetzt leben, wo ich glaube, dass die Bibel uns deutlich macht, dass wir am Ende der Zeit sogar leben, dass Jesus Christus bald wiederkommen wird, dass die Zeichen der Zeit deutlich sind, dass Gott uns sagt, hey, komm wieder zurück zu der ursprünglichen Ernährungsform, die ich euch gegeben habe. Gott wartet eigentlich darauf, dass er auch ihr Kind formen und gestalten kann für eine letzte Generation auf Erden, bevor er wiederkommt. So, dass sich das Kind zu seiner Ehre entwickeln kann, dass es brauchbar ist. Jede Mutter sollte ständig bemüht sein, ihre Gewohnheiten dem Willen Gottes zu unterstellen, sodass sie vereint mit ihm arbeiten kann, um ihre Kinder vor den gesundheits- und lebenszerstörenden Lasten der heutigen Zeit zu bewahren. Die Mütter selbst sollten sich ohne Zögern mit ihrem Schöpfer verbinden, damit sie durch seine helfende Gnade um ihre Kinder eine Schutzwehr gegen Ausschweifung und Unmäßigkeit errichten können. Ich glaube, dass wir als Eltern eine große Verantwortung haben, aber auch eine große Hilfestellung und vor allen Dingen ein großes Privileg, dass wir Kinder erziehen können durch die Gottesgnade zu seiner Ehre und zu unserer Freude.